Deswegen ist es auch eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mit so viel Energie in diesem Spiel hier hingehen. War alles schon das nicht das Einfachste. Ja, man könnte sich auch einfach ein paar Fläschchen kaufen. Und die dann hier benutzen, aber okay. Ich meine, mit dem Fläschchen könnte man theoretisch alles im Spiel machen früher. Wenn man ein oder zwei davon hat, reicht das meistens. So, ich bin hier ganz gut durchgekommen. Jetzt kommt der Boss. Eine riesengroße Schnecke oder so. Ja. Ein Wasserviech halt. Wir wollen draufschießen. So, und das Wasserviech macht so komische Strömungen. Ah, schnell weg. Noch mal einen Treffer machen. Und es macht so komische rote Bläschen. Ja. Ah, weg von dir. Die Bläschen machen jetzt nicht so viel Schaden, aber wenn man in ihn reingesaugt wird, das haut rein. Und der übertreibt gleich noch mit der Strömung. Jetzt ist es ja noch ein Witz. Ja, umso mehr Treffer er kriegt, umso mehr Strömung kommt hier auch. Ach, komm, ich will die Treffer machen. Boom. Stirb. Stirb. Ja, ja. Komm, du nur her. Komm, du nur her. Nee, ich will nicht getroffen werden. So, schön. Und 999 nicht in ihn rein. Gut. Das läuft doch wunderbar. Bisher. Und er ist auch schon ein bisschen angerötet. Und er hat gar nicht so viel Strömung gemacht, wie ich gedacht hab jetzt. Okay. Meinetwegen. So hab ich das gerne. Ah, ja. Ah, ja. So. Der nächste Rootbutton. Oh, yeah. Es fehlen uns nur noch zwei. Das ist doch schön. So, dann waren wir jetzt in das Level Nummer 7. Und uns um uns da... Was gibt es da? Ah ja, den nächsten Part vom Feuercrest zu holen. Das hier hinten. Das hier. Ja. So, über dieses Level bin ich auch früher rüber geflogen. Nicht geschwommen, geflogen. Jetzt zeige ich euch das schöne Ambiente mal. Ja, ja, ja. Haha, der legendäre Gargol ist so toll. Wir hauen damit alle weg. Ye, ye, ye. Und die Vögel kacken auf uns. Das ist doch blöd. Ah, stirbt noch. Ah, nein. Okay. So, den Raum haben wir doch schon geschafft. Und der Raum ist jetzt komplett neu. Oh, nicht reinrutschen. Ah, ha, ha. Stirb. Stirb, tot, 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 tot. Töt, tot. Okay. Alles kaputt machen. Es macht Spaß. Bam. So, er hat einen Grund, warum wir hier oben lang fliegen. Und zwar... Das da. Da ist nämlich noch was drin. Und zwar... Yay. Das letzte Dingensbummenskirchens hier. Da kommt jetzt der Boss. Und der ist schon nicht mehr der leichteste. Kann man ja auch erwarten von Level 7. Der ist schon... Ja, wir haben ihn schon mal gesehen, aber das ist schon nicht mehr der leichteste. Ja, wir haben jetzt viel zu viel Energie trotzdem. Also ohne viel Energie und die Armor und vor allem dem legendären Dämon ist das ein sehr, sehr harter Bosskampf. Wahrscheinlich würde ich den nicht mal schaffen. Oh, ich habe keine gute Taktik für ihn. Das ist das Blöde. Na. Also wenn er grün ist, ist er unverwundbar. Ah ja, spring rein, du Idiot. Nein, du solltest hoch springen. Ja, er ist schon tot. Ja, ja, ja. Da kriegen wir hier das letzte Stück vom Firecrest. You got the piece of the Firecrest called Demonfire. This is the most powerful fire in the realm. Ja, aber der legendäre Dämon ist halt noch stärker. Das Dämonenfeuer hat ein... Eine Stärke von 3. Und der Dings... Der legendäre Dämon hier eine von 5. So, und jetzt fehlt uns nur noch zwei Teile. Und das eine ist hier. In Trio the Pagon Level 3. Bei meinem ersten Let's Play musste ich das mit Safe Stades Abuse machen. Ich müsste es jetzt so schaffen. Wir haben sehr wenig Zeit. Und es kommen auch immer zwei gleichzeitig. Oh, das ist schon schlecht. Sehr schwer. Sehr schwer, muss man sagen. Da muss man schon richtig gutes Timing haben. Bisher läuft es ein bisschen. Wenn ich mich gut anstelle, schaffe ich das sogar. Abwarten, abwarten. Nein. Verfehlt. Nochmal... Oh Gott. Oh Gott, das wird sehr, sehr knapp. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Aber ich hau ein paar schnell weg. Oh yeah, geschafft. Yeah. Aus einem guten Grund. So take this. It's a special... Nicht, sprechen ja ganz falsch aus. It's a special present for a true game block like yourself. Yay. So, eigentlich hätte ich jetzt schon alles. Aber ich habe ja diese Stage letztes Mal nicht gespeichert. Davor habe ich den Safe-Sate gesetzt. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und dann kriegen wir das letzte Ende vielleicht. Oh yeah. Weil wir haben dann alles. Aber ich will nochmal kurz sicher gehen. Alle hiervon. Alle hiervon. Alle hiervon. Alle hiervon. Das kriegen wir gleich. Und dass der fehlt, hat einen guten Grund. Ich will nichts spoilern. Aber es hat einen guten Grund. Ah. Stirb. Oder ich lasse dich leben. Ich bin nett. Boah, der braucht viel Treffer. Die haben ordentlich Energie. Geh weg. Da unten. Geh weg. Okay, ich lasse mich von dir treffen. Egal. So, gegen dich haben wir schon mal gekämpft. Aber machen wir gerne nochmal. Okay. Da, 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 da. Stirb. Okay, dann fliegen wir zu dir hoch. Und du kommst runter, du Arsch. Ich kann hier mal mit Demon Fire machen eigentlich. Ich habe es noch gar nicht gezeigt. Es sieht ganz schön aus. Ich meine, warte, guckt es euch an. Wow. Bams. Und macht auch ganz gut Schaden. Bams. Also sozusagen die zweitstärkste Waffe im Spiel. Bams. Komm. Ich werde dich jetzt nur mit ihm hier machen. Bams. Ach, komm her. Komm her, du Idiot. So, gleich haben wir dich. Yeah. Wam. 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 Und da bist du tot. Oh, yeah. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Nehmen wir dich. Flieg. Oh, wir fliegen hoch. So, haben wir alles schon mal gesehen. Kein Problem. Machen wir alles halt nochmal. Ja, ja, ja. So, blöderweise müssen wir dich nochmal holen. Bäm. Wir wissen ja, was passiert. Oh, yeah. Komm raus. Yeah, wir haben volle Energieleiste. Jetzt fehlt uns nur noch dieser eine Talisman. Und den kriegen wir ja auch gleich. Und diesmal will ich ihn nicht vergessen. So. Ah, komm. Meine Fresse. Da fliege ich jetzt hoch. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Also mit dem E-Mail ist das auf jeden Fall viel einfacher. Geht halt nur langsamer. Habe ich schon vergessen? Nein, hier ist es. Okay, gut. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir alles. Alright. Ach, Mensch. So. Fallen wir runter. Na, super. Wir kriegen doch garantiert noch einen Treffer von euch. Ja, war klar. Egal. Völlig schnurzpip egal. Okay. Okay.